Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Die letzten Tage waren schlecht für Deutschland und sie haben nicht dazu beigetragen, das Vertrauen in die Bundesregierung zu stärken. Aber mir ist wichtig, noch einmal zu betonen, wir regieren ja nicht im luftleeren Raum. Wir verfolgen die Nachrichten aus der Ukraine. Putins Armee dringt vor. Morgen wird in den USA gewählt mit möglicherweise globalen Auswirkungen. Die neue EU-Kommission ist noch nicht im Amt und die Lage der deutschen Wirtschaft ist bekanntermaßen schwierig. Es ist deswegen die Pflicht und dafür sind wir gewählt worden, als Regierung sich auf die jetzt anstehenden Aufgaben zu konzentrieren. Und diese sind vor allem zweierlei. Erstens die Wachstumsinitiative, die ja vereinbart wurde, umzusetzen, möglichst schnell und vollständig umzusetzen, damit sie ihre volle Wirkung entfalten kann. Sie schafft Wachstum bis zu einem halben Prozentpunkt. Sie baut Bürokratie ab. Wenn sie also nicht umgesetzt wird, beziehungsweise wer sie nicht umsetzt, muss sich dann fragen lassen, wie er oder sie es verantwortet, diesen Wachstumsimpuls nicht zu geben. Wir brauchen ihn dringend. Und zweitens müssen wir, das ist ja das Thema dieser Tage, den Haushalt aufstellen und die Lücke, die entstanden ist, schließen. Das ist keine geringe Herausforderung, aber es ist eine lösbare Herausforderung. Dafür bin ich, davon bin ich fest überzeugt. Diese Aufgabe fordert von allen noch einmal eine große Kraftanstrengung, die alle Seiten aufbringen müssen. Es wäre allerdings falsch, die Grundlagen und die Ziele, auf die wir uns geeinigt haben und die die Richtschnur unseres politischen Handels der letzten Jahre waren, infrage zu stellen. Das wären Wirtschaft und Klimaschutz zusammenzubringen, den sozialen Zusammenhalt und die Gerechtigkeit im Land zu wahren, beziehungsweise den Frieden und die Freiheit in Europa zu verteidigen. Es wäre also falsch, diese Grundlagen und diese Ziele aufzukündigen und es ist auch nicht nötig. Klar ist allerdings, dass man an vielen Stellen einen Beitrag leisten muss und auch ungewöhnliche Schritte gehen muss. Ich will deswegen zu den Intel-Milliarden, die ja frei geworden sind, sagen, die sind eigentlich im Klima- und Transformationsfonds dafür vorgesehen, die Wirtschaft zu unterstützen, können aber jetzt selbstverständlich einen Beitrag leisten, die Haushaltslücke zu reduzieren. Wichtig ist, dass wenn wir den Haushalt nicht hinbekommen, wenn der Haushalt scheitert, dann, dass wir in eine längere Hängepartie eintreten in Deutschland. Eine Hängepartie in der denkbar ungünstigsten Zeit. Hängepartie oder Handlungsfähigkeit, das ist hier die Alternative. Ich bin eindeutig dafür, dass wir Letzteres, nämlich die Handlungsfähigkeit in dieser herausfordernden Zeit beweisen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben die Möglichkeit für zwei Nachfragen. Einmal hier vorne gerne Herr Eckstein und dann Michael Bauchmüller. Herzlichen Dank. Wir haben ja jetzt mehrere Gipfel, mehrere Krisengespräche auch im Kanzleramt gesehen. Wie können Sie eigentlich den Leuten da noch signalisieren, dass es irgendwie doch noch funktioniert? Es gab jetzt ja dieses Papier von Herrn Lindner. Ich habe jetzt so ein bisschen herausgehört, dass Sie darauf Bezug genommen haben. Er sagt ja über Ihre Vorschläge, Sie seien weder verfassungsrechtlich noch europarechtlich durchsetzbar. Das sei bei ihm geprüft worden. Haben Sie sich mit seinen 18 Seiten auch in dieser Art und Weise befasst? Und würden Sie uns sagen, zu welchem Ergebnis Sie kommen? Ich sagte schon, die letzten Tage haben er eine Kakophonie hervorgebracht als eine geschlossene Regierungslinie. Aber wir sollten, und das ist der Grund, warum ich hier noch einmal vor die Mikrofone getreten bin, wir sollten nicht verkennen, dass wir uns nicht um uns selber kreisen. Und so schwierig es ist und so viel man sich als Politiker dieser Regierung oder der parteipolitischen Aufstellung Gedanken macht, die entscheidende Frage ist, genügt Deutschland und genügt die Regierung in dieser Situation, die ja wirklich herausfordernd ist, der Pflicht, die mit dem Regierungsantritt auf sich genommen wurde? Und deswegen am Ende müssen wir uns konzentrieren auf das, auf das wir uns geeinigt haben, auf das, was wir uns einigen können. Und ich habe schon gesagt, dann jeweils den halben Meter mehr gehen, die es auch den anderen ermöglicht, diesen halben Meter zu gehen. Michael Bauchmüller. Herr Minister, sind Sie denn überzeugt davon, dass Ihre Koalitionspartner diese Pflicht genauso sehen wie Sie? Nach allen Einlassungen der vergangenen Tage kann man daran Zweifel haben. Natürlich, da muss man ja nicht drüber hinwegreden, ist die Regierung in schweren Fahrwassern. Aber ich will noch einmal sagen, dies ist die schlechteste Zeit, dass die Regierung scheitert. Wirklich die schlechteste Zeit mit Blick auf dem, auf das, was in der Ukraine passiert, mit Blick auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland, mit Blick auf die amerikanische Wahl. So, deswegen, das haben Sie ja verfolgt. Wir haben uns ganz schön schwer getan, den Haushalt bis dahin zu bringen, wo er ist. Und wir tun uns jetzt nicht leicht, den Haushalt zu verabschieden. Und ich verstehe alle Bürgerinnen und Bürger, die mit Kopfschütteln auf das Regierungstreiben schauen. Aber uns selbst, aber auch dem Land, will ich sagen, dass der Blick auf uns selbst im Moment nicht genügt. Am Vorabend der amerikanischen Wahl und mit Blick auf das, was in Europa passiert, diese beiden Punkte, nämlich die Wachstumsinitiative zu verabschieden, mit den Möglichkeiten, einen Impuls für die deutsche Wirtschaft auszulösen und den Haushalt zustande zu bringen. Das sind lösbare Punkte. Und deswegen noch einmal die Analyse, dass wir jetzt in dieser Situation diese beiden Punkte auch hinbekommen. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und auf bald. Soweit also die Pressekonferenz von Robert Habeck nach den Gesprächen heute Mittag. Vielen Dank.